Das gibt Freistoß. Das ist die rote Karte, aber ich denke, die können sie verschmerzen. Ja, also mit dem Platzverweis können sie leben. Die Sache hier ist längst gelaufen. Das hätten sie natürlich gern vermieden, aber der Sieg ist eingetötet. Das ist die Rote Karte, aber ich denke, das ist die Rote Karte, aber ich denke, das ist die Rote Karte.